Moin Leute! Welche Balkonsolaranlagen taugen jetzt was oder nicht? Darum wird es heute gehen. Denn seit dem Relaiskandal, welcher hunderttausende von Balkonsolaranlagen betroffen hat und den wir gemeinsam mit einer fleißigen Gruppe YouTubern aufgedeckt haben und veröffentlicht haben, aber auch den technisch gesehen problematischen Produkten zahlreicher Discounter, den auch wieder wir YouTuber ans Licht brachten, besteht eine große Unsicherheit bei vielen Menschen und das leider vollkommen zu Recht. Denn es werden einfach Produkte verkauft, die eigentlich gar nicht angeschlossen werden dürften, die starke Sicherheitsmängel aufweisen oder einfach oft ausfallen oder einen unfassbar miesen Wirkungsgrad haben. Deswegen habe ich vor einigen Monaten gesagt, lasst uns doch einfach mal alle unsere Messungen sammeln und eine Liste mit Empfehlungen und Warnungen herausgeben, die wir euch kostenlos zur Verfügung stellen und genau das haben wir auch gemacht. Also los geht's! Die Liste sieht jetzt so aus und ist auf meiner Webseite akkudoktor.net zu finden, also genau unter diesem Link hier, ist aber auch nochmal unten in der Beschreibung und der Verein Balkonsolar wird die Liste ebenfalls veröffentlichen, damit wir maximal viele Leute erreichen können. Aber was steht jetzt genau drin? Worum geht's da jetzt? Kommt jetzt gerade so ein bisschen drauf an, wie technisch versiert und interessiert du bist. Willst du nur wissen, ob der Wechselrichter, den du jetzt ins Auge gefasst hast, irgendwelche Mängel aufweist, dann reicht dir im Prinzip die dritte Spalte mit der Empfehlung. Da sind quasi alle Ergebnisse als Empfehlung zusammengefasst. Wie die zustande erkommt, das erkläre ich euch jetzt. Kleiner Disclaimer, die Liste machen wir wieder in unserer Freizeit, also natürlich keine Gewehr oder sonst was. Zudem werden wir diese auch aktuell halten und immer neue Tests hinzufügen, updaten und so weiter. Also abonnier unbedingt den Kanal, damit du informiert bleibst. Ebenfalls werde ich jetzt hier immer die Leute einblenden, die an der Liste mitgewirkt haben, damit ihr das auch einfach wisst. Okay, fangen wir an, die Tests. Ihr seht jetzt diese beiden Spalten, fangen wir mal damit an. Die zeigen euch, ob der Wechselrichter überhaupt ein Zertifikat besitzt, welches für den Anschluss in Deutschland notwendig ist. Und ob wir Auffälligkeiten gefunden haben, also ob das Zertifikat eigentlich gar nicht gültig sein dürfte, wie es zum Beispiel bei dem Relaiskandal war. Zum Beispiel bei diesem Modell. Als nächstes kommt dann der Wirkungsgrad und zwar einmal der vom Hersteller angegebene Wirkungsgrad und der von Professor Krauter und seinem Team nachgemessene Wirkungsgrad. Die Wirkungsgrade werden dann bei unterschiedlichen Leistungen gemessen. Also wenn er 600 Watt hat, misst man natürlich dann mal bei 50, bei 100 und so weiter. Also man misst dann verschiedene Leistungsbereiche durch, denn die Wirkungsgrade unterscheiden sich dort, wie ihr sehen könnt. Und dann fasst man die so zusammen, indem man die einzelnen Messungen dann gewichtet und das nennt man dann CEC-Wirkungsgrad. Da könnt ihr hier sehen, das ist die Formel, ist jetzt auch eigentlich gar nicht so wichtig. Was jetzt zum Beispiel wichtig zu verstehen ist, dass beispielsweise 75% Leistungen hier besonders stark gewichtet werden, einfach weil die in der Realität oft vorkommen. Das ist im Prinzip das ganze Geheimnis. Es ist jetzt keine Riesenwissenschaft dahinter. Okay, jetzt geht es ins Innere des Wechselrichters. In dieser Spalte, die ihr hier seht, prüfen wir, ob das Relais für den Netz- und Anlagenschutz vorhanden ist oder auch nicht. Dieses Relais soll im Fehlerfall, also zum Beispiel, wenn ein Stromausfall ist, den Wechselrichter innerhalb von kürzester Zeit galvanisch vom Netz trennen und hier ist von den Netzbetreibern auch vorgeschrieben. Das Relais ausfindig zu machen, ist aber gar nicht so einfach, denn wie ihr sehen könnt, sind die Wechselrichter innen drin komplett vergossen. Deswegen machen wir unterschiedliche Tests, um festzustellen, ob das Ding da ist oder nicht. Der einfachste ist quasi der akustische Test. Hier schalten wir den Wechselrichter einfach ein und aus oder nehmen die Spannung weg und hören, ob da was klickt. Also wirklich einfach mit dem Ohr oder mit dem Stethoskop, je nachdem, wie gute Ohren man hat. Denn so ein Relais macht ein Klickgeräusch. Ich selbst mache es so, dass ich die ganze Pampe, die da im Wechselrichter drin ist, rauspule, schaue, ob das Relais da ist und mache aber zusätzlich noch den akustischen Test beim geöffneten Wechselrichter, denn wir hatten auch schon den Fall, dass da ein Relais drin war, aber das Relais, da war einfach nichts drin. Das hat nichts getan, das ist einfach nur ein leerer Kasten. Also auch sowas gibt es, das ist echt kaum zu fassen. Okay, aber wenn ich beides mache, kann ich relativ sicher sein. Ja, das wäre dann diese Spalte. Wenn man das Teil jetzt nicht aufmachen will, also nicht zerstören will, was man eigentlich macht, wenn man das Zeug da rauspult, also man kann ihn danach noch benutzen, aber ob er dann noch komplett wasserdicht ist, weiß ich tatsächlich nicht, kann man aber auch einfach ein Röntgenbild machen. So kann man den Wechselrichter quasi untersuchen, ohne ihn zu zerstören oder gar zu öffnen. Einige Zuschauer und Freunde haben Zugang zu so einem Röntgengerät und haben uns hier mit Bildern versorgt. Und unsere Freunde vom Verein Balkonsolar haben einen schönen Artikel zu Röntgenbildern geschrieben, also schaut euch das gerne mal an. Das ist super interessant. Hier zum Beispiel ein Bild eines Heumalswechselrichters, wo das Relais einfach gut zu erkennen ist. Das könnt ihr hier sehen. Allerdings seht ihr auch, glaube ich, in dem Bild, dass so ein Röntgenbild gar nicht so einfach zu interpretieren ist. Also es kann durchaus schnell passieren, dass man mal was übersieht oder was falsch interpretiert. Also auch kein einfaches Unterfangen, nur wenn man da ein bisschen Erfahrung hat oder das braucht man dann auch einfach. Okay, die nächste Spalte, die beschreibt jetzt, ob wir irgendwie ein EMV, also eine elektromagnetische Verträglichkeit, geprüft haben. Also ob der Wechselrichter praktisch irgendwie elektromagnetische Strahlung, also wie eine Antenne aussendet und so andere Geräte stören kann. Also solche Meldungen erhalten wir zum Beispiel oft von Amateurfunkern, die dann irgendwie schreiben, wenn ich einen Wechselrichter anmache, kann ich nicht mehr funken oder sind halt mega Störungen drin. Und so fällt sowas dann auf und dann kann man da auch Messungen machen. Die Messungen sind aber nicht ganz einfach. Zumindest ich bin hier mit meinem Equipment wirklich am Ende. Aber wie gesagt, es gibt Leute, die können das halt und es gibt auch Leute, die uns auch hier mit Daten versorgen. Und sobald wir die haben, tragen wir die ja natürlich auch hier ein. Okay, die nächsten beiden Zeilen sind mega spannend. Und zwar geht es darum, wie der Wechselrichter eigentlich reagiert, wenn man die Spannung wegnimmt. Also bei einem Stromausfall zum Beispiel. Und das sieht dann so aus. Ja, also wenn die Trägerfrequenz weg ist, zum Beispiel bei Stromausfall, wie gesagt, dann sollte der Wechselrichter wirklich super schnell abschalten. Und zwar wirklich galvanisch trennen auch. Das gezeigte Bild, was ihr hier seht, ist ein Dayer M80 Wechselrichter mit und ohne Relaisbox. Ihr seht, dass die Spannung erstmal auf ca. 350 Volt ansteigt, was tatsächlich okay ist, denn die Amplitude der Wechselspannung für die 230 Volt, die ihr alle kennt. Also wirklich der Maximalwert, der liegt nämlich bei 325 Volt. Die 230 Volt, die ihr alle kennt, beschreiben nur den RMS-Wert, also so eine Art von Mittelwert. Okay, wir sehen jetzt aber hier, dass danach die Spannung relativ schnell absinkt und das halt auch immer noch in einer relativ guten Zeit. Also ich denke, hier kann man da sagen, das passt schon. So, und ganz am Ende der Tabelle kommen dann noch so ein paar Links zu Testvideos von uns oder auch Kommentare, aber auch Tests von externen, zum Beispiel von Heise, Computerbild oder wer auch immer da was gemacht hat. Wir versuchen da wirklich alles einzutragen, was wir irgendwie haben, damit ihr euch ein Bild von diesen Geräten machen könnt. Ihr seht schon, wie saukompliziert das ist und wie viele unterschiedliche Quellen es da auch gibt. Deswegen war es nicht so ganz einfach mit dieser Liste und das wird auch immer so ein laufender Posten sein, den wir immer beackern müssen, sonst würde es nicht funktionieren. Okay, ihr habt aber auch schon gesehen, die eine Spalte ist halt so ein Gesamtranking, also was wir jetzt irgendwie erzeugt haben und jetzt ist die Frage, wie haben wir das eigentlich gemacht? Und das Ranking besteht aus vier verschiedenen Bewertungsstufen. Ja, die könnt ihr hier sehen. Fangen wir mal mit dem schlechtesten an, also mit dem Daumen nach unten. Hierfür müssen wirklich gravierende Mängel vorhanden sein, also kein gültiges Zertifikat vorhanden oder von Anfang an gar keins da, denn es gibt erstaunlicherweise einige Shops, die Wechselrichter ohne gültige Zulassung verkaufen. Das ist wirklich krass. Oder auch, wenn das Zertifikat unseren Messungen nach ungültig ist, zum Beispiel durch das fehlende Relais, also einen fehlenden NA-Schutz und so weiter, wo man es eigentlich wieder widerrufen müsste und was ja auch tatsächlich damals passiert ist. Ein weiterer Grund dafür ist auch, wenn wir Erfahrungsberichte Dritter haben, die auf eine sehr hohe Ausfallquote schließen lassen. Zum Beispiel in diesem Video habe ich ein paar Discounter-Balkonkraftwerke vorgestellt und bei einigen waren die Ausfallquoten wirklich saumäßig hoch. Wir haben zum Beispiel vier getestet, also viermal dasselbe Ding und alle sind ausgefallen. Also ich meine, das muss man sich halt auch mal geben. Und einmal sogar live bei Stern TV. Also das war halt auch cool. So, noch ein Punkt ist, wenn wir Erfahrungsberichte Dritter haben, die auf Mängel hinweisen, also die den Betrieb oder die Sicherheit massiv einschränken. Ja, also auch sowas kommt tatsächlich mal vor. Ich weiß da jetzt gerade leider kein Beispiel, aber bei den anderen YouTube-Kanälen gab es glaube ich auch sowas schon mal. Das ist halt dann auch nicht so schön. Okay, der nächste Punkt ist eine schlechte Sinusqualität. Also wenn die Netzspannung nicht sauber ist, ja, die da rauskommt. Der Wechselrichter muss ja aus Gleichspannung Wechselspannung machen und das läuft wirklich nicht immer ganz sauber. Da kann oben, das kann dann wirklich mal irgendwie gerade sein oder irgendwelche Störungen drin oder was weiß ich nicht alles. Also der muss es ja irgendwie hinkriegen, so eine saubere Sinusschwingung zu machen und das ist gar nicht mal so leicht. Und manche machen das nicht gut oder brechen unter Last stark zusammen. Da gibt es alle möglichen Schweinereien. Also auch das wäre ein Kriterium, wirklich für einen Daumen runter, weil das kann auch echt für Probleme sorgen oder sogar für zerstörte Geräte. Nur zur mittleren Bewertung. Der Wechselrichter ist irgendwie eingeschränkt empfehlenswert. Es existieren also Auffälligkeiten, ja, die aber nicht so gravierend sind. Also wir sagen halt, das Ding funktioniert, ihr könnt den benutzen, aber da sind schon irgendwie so Einschränkungen. Da müsst ihr euch überlegen, ob das für euren Fall dann irgendwie okay ist oder nicht. Zum Beispiel die EMV-Problematik. Die wird wahrscheinlich nur wenig Leute stören in der Regel. Also die meisten werden sowas vermutlich gar nicht mitbekommen. Trotzdem ist das nicht gut. Also das ist nicht irgendwie sehr, sehr toll. Und es wird auch Leute geben, die das sogar sehr stören wird, wie zum Beispiel die vorher genannten Amateurfunker. Die haben da wahrscheinlich nicht so einen Bock drauf. Der nächste Punkt ist der gemessene CEC-Wirkungsgrad. Also wenn der kleiner ist als 85 Prozent, der Wirkungsgrad dann also wirklich schlecht ist, das Gerät aber noch funktioniert, dann würden wir dem jetzt eine mittlere Bewertung geben, wo ich zugeben muss, hier diskutieren wir aber noch. Ich weiß nicht, ob einer mit unter 85 Prozent überhaupt noch eine gute Bewertung kriegen sollte, vielleicht sogar die schlechteste, weil das wirklich, wirklich schlecht ist. Es ist halt so, er funktioniert noch und es ist jetzt kein gravierender Mängel, der das Ding irgendwie total einschränkt. Das ist so ein bisschen, ihr könnt auch gerne eure Meinung dazu schreiben. Wie seht ihr das? Wir sind uns da noch nicht so ganz sicher bei dem Punkt. Weiterhin, wenn die Abweichungen des Wirkungsgrades hoch sind, also das heißt, wenn der Hersteller zum Beispiel sagt, ich habe 95 Prozent, wir haben aber nur die 85 gemessen, also das heißt, wir haben mehr als 10 Prozent Differenz von den Herstellernangaben. Das finden wir auch nicht cool. Dafür gibt es auch auf jeden Fall eine mittlere Bewertung. Kleinere Abweichungen sind komplett okay, da wir natürlich nicht exakt gleich messen und so, also so ein bisschen Differenz darf da ruhig sein, aber mehr als 10 Prozent, das ist schon heftig und da kann man auf jeden Fall auch Zweifel an der Messung des Herstellers anbringen. Der letzte Punkt und der ist auch ein bisschen schwierig, nach Abschalten des Wechselrichters, da treten ja meistens nochmal so Spannungsspitzen auf, habe ich euch ja eben erzählt und wenn diese 50 Prozent über der Netzspannungsamplitude liegen, also das wären dann bei 487,5 Volt oder super lange Abschaltzeiten auftreten, wir haben die jetzt mal auf 400 Millisekunden festgelegt, wenn das, also eins von beiden erreicht wird, würden wir ihm auch eine mittlere Bewertung geben, weil das auch nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist. So, jetzt haben wir den eingeschränkten Daumen hoch, also mit so einer Klammer drum, ja. Jetzt hier geht es darum, dass man vielleicht bereits alle gravierenden Mängel ausschließen konnte, aber wir zum Beispiel die Abschaltzeiten noch nicht gemessen haben oder wir haben den Wirkungsgrad noch nicht gemessen oder so. Das heißt grundsätzlich kann man jetzt erstmal sagen, da wird kein Daumen runter mehr kommen, also das passiert jetzt nicht mehr, aber es könnte noch passieren, dass das Ding mittleren Daumen bekommt, deswegen so diese eingeschränkte, einfach so die Messung haben wir noch nicht alle gemacht, deswegen würden wir ihn jetzt erstmal so empfehlen, wie er ist, weil wir auch, wie gesagt, viele Messungen einfach noch gar nicht haben. Er könnte aber im schlimmsten Fall noch auf die mittlere Bewertung fallen. Jo, und dann zu allerletzt der Daumen hoch, also dann heißt es wirklich, dass kein einziges dieser negativen Kriterien, die ich eben alle genannt habe, erfüllt wurde und dann gibt es den Daumen hoch, das heißt, wenn das Ding wirklich komplett okay ist, unserer Meinung nach und wir keine negativen Berichte oder sonst was haben, das ist im Moment leider noch relativ selten der Fall, aber auch hauptsächlich deswegen, weil wir einfach noch nicht alle Messungen haben. Und das alles ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, also das ist jetzt erstmal so ein Start, den haben wir so für uns festgelegt und natürlich können wir da noch diskutieren und alles, die Diskussion aber bitte in unserem Forum machen, ja, nicht hier in YouTube, das wird mir zu unübersichtlich, wir möchten es moderieren, wir möchten es sammeln und so weiter, da brauchen wir wirklich Moderation, also wenn ihr da mit diskutieren wollt bei diesen Kriterien, dann bitte hier unter diesem Link. Naja, und ich gehe jetzt davon aus, dass diese Liste relativ viel Impact haben wird und aus diesem Grund muss halt wirklich einfach nachvollziehbar sein und es muss halt auch diese klaren Regeln geben, damit ein Hersteller zum Beispiel verstehen und nachvollziehen kann, das und das muss ich jetzt konkret ändern, damit ich irgendwie ein besseres Rating bekomme oder auch nicht. Am Ende bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich finde es wieder mal mega peinlich, dass ein paar YouTuber das in ihrer Freizeit machen, also hobbymäßig und dass es hier irgendwie sonst keiner auf die Reihe kriegt, aber okay, wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Ich hoffe, wir helfen euch damit, dass es am Ende das, was zählt. Also vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.